Oh. Mega. Mega. Sehr gut. Du bist doch einer von diesen Herren. Du bist doch einer von diesen Herren. Du kannst doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren? Um Menschen zu ermorden. Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege dann? Ja. 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 Ja.